So Leute, willkommen zu einer weiteren schmerzhaften Aufnahme-Session hier in Let's Play Together Diddy Kong Racing mit mir und dem guten Bürofloh, der sich jetzt langsam von diesem Fahrzeug trennen sollte. Same. Wir werden jetzt in die Flugwelt gehen und dafür werden wir erstmal natürlich den Elefanten herausfordern. To test your flying skills, you must race me around the island. Alaka-sam. Okay, kein Problem, ich wägel das. Ich kenne nicht immer die Route dafür. Oh, seems legit. Das ist die gleiche wie durch das Wasser, nur halt das du hier oben. Du kannst dich theoretisch sogar abkotzen, an dem du einfach hier oben fährst. Ich wollt grad sagen, also ich hab ja gelernt, ich darf... What the... What are you doing? Ein paar Barrel-Rolls, was denn sonst? You have to stop here, um das hier... Hey Tim, ich glaub es ist hier. I challenge you to a... Also so musst du aber auf jeden Fall den Niedern. Nächsten Boss besiegen, ne? Andere Moos toleriere ich nicht. Sorry. Das war mir so Angst, ey. Dieser Move. Der macht aber einen voll schnell, hab ich das Gefühl? Ja. Wie machst du das? Äh, ich drücke nach links, äh, nach rechts in diesem Falle und zweimal nach R. Das ist wie dieser Barrel-Roll, bloß halt, dass du dich dabei bewegst. Ahaaaaa. Also nach rechts und dann zweimal R. Vielleicht sollte ich es nicht tun. Oh Gott, ey. Aber wie muss ich sagen, also... Dieser Elefant hat beispielsweise keinen Hard-Modus, oder? Der ist mir... Nein, 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 der ist jetzt... Der ist jetzt... Der ist... Der ist... Fertig jetzt. Oh, der kommt so hinter dir. Er ist mal so schubsen, wie man schon ein bisschen platzt hier. Ah, so. Wow, fast try. Okay. Gut. Es wird Zeit, dass wir uns zur Luftwelt begeben. Wo ist die? Und hast du einen Plan, wo sie ist? Dieser Leuchtturm? Das ist... Es ist so wie in Super Mario Sunshine... Äh, Sunshine sag ich schon. In Super Mario 64. Du musst einfach nur... Hier stehen und... Nein, ich erzähl nur Scheiße. Äh... Wir müssen hier durch diesen Wasser fallen. Oh. Ja, ich weiß, das ist nicht auf der Karte, sehr weird. Aber hier sind wir, Dragon Forest. Alles klar. Hier kann man schon mit 16 Ballons, sag ich mal, das erste Level machen. Aber... Ja, lohnt sich nicht. Windmill Planes! Let's go! Oh boy, my favorite. Natürlich nimmt sie mir meinen Ballon. Den Magneten nehme ich auch. Ich hasse alles. Willkommen in der echten Welt, mein Junge. Hier, nimm meine echte Welt. Oh, freu doch nicht. Let's try. Übrigens, wenn du in der Luft in einem Flugzeug bist und dann so eine Falle legst und dann so eine Vorzweuge... Oh mein Gott, diese Windmühle! Oh mein Gott, schon. Ich war zu sehr mit dem Hovercraft, dass ich wieder vergessen habe, wie dieser Flugzeug funktioniert. Seit gestern nicht angerübt, diesen Flugzeug. Entschuldigung. Kann man mal bitte fütter werden? Danke. Okay, dann muss auch nein, danke. Weißt du was? Ich glaube, hier muss ich Pyrofloskills anwenden. Do the Barrel Roll! Okay, nein! Ich hab ein bisschen Angst vor dem Roll. Do the Mario. Also, den Mario möchte ich jetzt auch nicht machen. Do the Barrel Roll! No you. I was a joke. Man, diese Windmühle! Fandil! Madi wär nicht so stolz auf mich. War nicht so witzig. Ich seh's. Lass mich wix. Ja, wahrscheinlich. Ich hab's ja nicht. Gelogen! Die Chance hat mir aus, damit du ein bisschen weiter hinten bist. Damit sich die Chance auf 0,2% erhöht, dass ich dich einholen kann. Uuuuh! 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 Ja, war das. Naja, ich vergesse immer, dass ich da den Booster auslasse. Gönn dir meine Furzwolke, Gegner. CPU. Auf dem 5. Platz. So, Windmühle, mein Herzfeind. Ich bin durchgekommen. Nice. Das wird wichtig sein für Silver Coins und Trophy Race. Aber Pyroflo, wo ist der Pyroflo Carry? Ich muss es nicht können, wenn du es kannst. Wow. Ich bin Casual Player. Das Spiel ist dein Fleisch und Blut. Ich mein, das ist mein allererstes Litz Player ever gewesen. Ich weiß, aber... Dein eigenes Fleisch und Blut! Ich geh bin Greenwood Village. Ich mag diese Map nicht. Ah, was ist denn so schlimm? Sieht doch gar, sieht doch ruhig aus. Das ist ja auch. Aber, äh... Das ist das Problem. Nein. Warum sind so viele in einem Haufen? Ich brauch' ich da ein paar Bananen. Oh Gott. Ich kann das gar nicht mehr, oh Gott. Boost! Noch mehr Dreck. Noch mehr Dreck. Ich lege jetzt einfach immer den ersten Dreck hin. So, try mir Gegner-Team. Ohhhh, fuck. Ich wollte grad sagen, ich hätte mich fast auf der Map geschmissen. Da kann man nicht immer runterfallen, ne? Nein. Erwarte noch, bis wir Rainbow Road kennenlernen. Ich fass extra weg von deinem Dreck. Ich fass extra weg von deinem Dreck. Wow. Wow. Was? Ich hasse dich! Ich habe keine Bananen mehr. Hey, ich hole dich jetzt extra nicht mehr ein. Ohhhh. Nicht immer, wenn du Level 3 hast. Nicht immer, wenn du Level 3 hast. Ich bin zu cool für die Abkürzung. Tja, nice try. Oh, fuck. Jetzt bist du erster. Jetzt muss ich erster werden. Fuck. Nice. Was? Okay. Wo ist da der Key? In dieser Welt gibt es den nicht. Was? Also, nicht in diesem Level. In dieser Welt. Also, wir machen mal folgendes aus. Wenn wir hier den Key sammeln, werden wir bei... Wir müssen neu starten danach. Okay? Unser objective ist es, drei blaue Ballons zu sammeln. Wir brauchen einen lilanen Boost für diesen Key. Du wirst gleich zu seiner Brücke kommen. Dahinter bitte stehen bleiben. Genau. Wir bleiben hier stehen. Hol dir einen lilanen Boost. Genau. Oh, warte. Muss ich da hochfahren? Richtig. Nein. 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 Ich bin ersoffen. Okay. Aber ja, so kriegt man den. Hey, ich hab noch ne Chance gehabt. Na jo. So, wenn ich ersaufe, ersaufst du mit mir. Außerdem, ich hab nicht bei deinem Screen geguckt. Bist du beleid. Ich musste mich irgendwie rechtfertigen. Nein. Also nicht gegen die... Nicht gegen die Glocke fahren. So. Goal dir den Balloni. So. Soll ich die Glocke berühren? Yes. Gönn dir. Hast du ihn? Hast du ihn? Hast du ihn? Hast du ihn? Ich bin dran. Äh. Wo ist mein Ballon? Ich hatte doch vorhin den... Level 2. So, warte. So. War gegen die Glocke. Okay. Es kommen die Bots. Warte, ich hab... Sag mal. Hallo. Hallo. Ich bin noch neuer. YOLO. Oh. Okay, du hast es. Alles klar. Haaaa. Ich hasse diesen Key. Aber hey, wir haben alle Keys gefunden. Nie wieder Keys sammeln. Das war ja gut. Yes. Okay. Einfach rückwärts gegangen. Fuck off, man. Das Spiel sagt aber nein. So, äh. Ich hab mich geirrt. Es gibt doch noch ein Level mit diesem Hovercraft. Falls es dir nicht aufgefallen sein sollte. Oh, Pyroflo. Warum lügst du mich an? Äh. Wieso stecke ich hier fest? Weil das vielleicht Kaber für deine Lüge. Es war ja keine Lüge. Ich hab mich geirrt. Mann, das bist du nachtragend. Ich bin sehr nachtragend. Das ist dein eigenes Fleisch im Blut. Oh, danke. Fuck! Ich bedanke mich nicht für deinen Boost. Selber schuld, wenn du meinen Speed mobsen willst. Und deswegen bin ich nachtragend. Deswegen. Nur deswegen, ha? Dieser Holzbalken! Einfach R1 zum rüberspringen. Was ist R1? Wenn 64 gibt's nur eine R? Das ist R1, glaube ich. Das ist doch PS. Das ist doch Playstation. Achso, ja. Das ist Crash Team Racing. Ein Spiel, was ich auch sehr, sehr geil finde. Und halt genauso aufgebaut ist wie Diddy Kong Racing eigentlich. Oh Gott. VTR für die PS1. Oh mein Gott. Schon rum bist du eigentlich? Was machst du? Also, ich hänge auf dem Fünften rum. Keine Ahnung, das sind schon die Nächsten. Okay. Ich geh aber da lang. So. I believe I can fly. Also, I believe dieser Holzbalken will mich hier umbringen. Der dreht sich zu schnell. So, viel Spaß. Und alle hinter mir. Okay. Ich weiß, was er nicht mal schafft. Wieso? Oh mein Gott. Oh mein. Wo schien der, du? Wie weit bist du denn bitte? Alter. YOLO! Ich will wenigstens weiter werden, bevor du die Ziele erreicht. Banjo, geh weg. Das meins war aber. Ja, ich bin zweiter. Nice. Die sind alle dicht hinter mir. Hey. Bald werde ich das nicht mehr von ihm hören. Bald. Wir haben nur eine Strecke vergessen. Haunted. Das ist eine meiner Lieblingsstrecken tatsächlich. Echt? Da muss es gut sein. Na ja. Ich mag die, ich mag die die eigentlich. Nein, das ist mein Magnet. Ja, ist doch recht angenehm gerade. Alter, ist das hier Benji-Boardwalk-Version. War das, die die. Woah! Der Booster kurz vorm Ziel ist echt gefährlich. Ja. Der haut jetzt auf den Magneten. Ich weiß, ich sage schon 25.000 Mal, aber ich werde darauf aufwachen. Das ist deine neue Lieblingswaffe, ich weiß. Das ist so gut, ich liebe es. Ich brauche nicht mal Boosts. Ich gebe euch die Chance, mich einzuhören. Ich fahre nicht mal mit dem Boost. Ruh mich ein. Okay, den Magneten kann ich nicht. Ja, den gibt es nur irgendwie einmal. Jetzt muss ich auch noch Erster werden. Okay, dann nehme ich wieder die Boosts. Irgendwo hier war doch auch gleich ein Boost. Immer auf der linken und rechten Seite. Fuck. Ich gehe mir wütig, mir dagegen zu fahren. Oh, weh. Nice. Okay, das heißt, du bist derjenige, der den Drachen herausfordert. Ich wünschte, ich hätte verloren. Der Drache ist aber der einfachste, wie ich finde. Weil Flugzeug halt angenehm ist. Seine Fähigkeiten waren einfach Feuer spucken. Das heißt, du bist sowohl hinter jemandem vor ihm nicht ganz so sicher. Ich brauche die Barrel Roll. Ich zeig's dir, first train. Sehr gut. Hello, friend. Nice. Now I challenge you to a race. Nice, Stimme, bro. Er hat sofort den richtigen Geisterfallen. Ja, ha, ha, ha. Richtiger General Romney. Wehe macht aber einen Vorstart hier. Selbst Spyro wäre fair. Oh Gott. So Windmühlen-Schurro. Ich hasse diese Windmühle. What the fuck? Naja, du hast drei Wunden. Ach, stimmt. Danke Nintendo-Werbung, aber ich hab kein Bock. So, also. Ich bin wieder da. Also ich glaub, das kannst du schaffen. Bravo ist aber nicht. Da werde ich wahrscheinlich eskalieren. Spüllen. Ich glaub, mir gefällt das. Hm, mach das noch mal. Mach das. Diese fucking Wip. Oh mein Gott. Ich sag im Easy-Modus. Pyroflow, das ist dein Element. Alles ist dein Element. Ich bin zu schlecht für den Easy-Modus. Ich auch. Hören wir mal rum. War keine Absicht. Das sagen die Windmühle. Ist ja dein Freund oder dein Feind. Die Windmühle? Ja. Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Wir brauchen nur Taktik. Einfach nur auf den Boost sparen. In den Höhlen kann man, das ist so scheiße. Da kann man sich einfach gegen zum Stalag Nieten fahren. Deswegen mach ich das lieber auf die Safer Art und Weise hier. Okay, die Windmühle trifft dich nicht mehr, du bist komplett im Boden, das ich verstehe. Ich glaube, ich habe mich echt angestellt. Aber wie gesagt, der Easy-Modus, der dem Boss finde ich echt einfach. Easy-Modus? Nein, nee. Oh, Final Lab. Wir können uns den Hardcore Final Lab. Come on, Radon. Alter, er könnte sich richtig. Die Gönung ist groß heute. Wie weit hinten der ist? Das ist schon fast, als würdest du gegen mich spielen. Ich hasse dich, warum macht er das? Du hättest sogar dort gegen mich rückwärts gefahren. Kannst du da auch rückwärts fahren? Du kannst Kopfüberfahren. Das ist nicht rückwärts. Ich glaube, excellent hat er immer mal gecopy-pasted. Excellent. Excellent. Come back and save me, General Rodney. Was ist mit mir passiert? Okay, Minigame? Minigame. Es ist aber ein Horting-Game. Und wir können diesmal kein Team gründen. Was? Ich kann die Scheiße nicht auf deinen... Ich meinte, die Eier nicht auf deine Läse legen. Es gibt keine Eier, es gibt Bananen, die du in die Truhe sammeln musst. Aber die können nicht geklaut werden. Fangen alle in der Mitte an und außen drum gibt es die Bananen. Und außerdem Ballons um die anderen abzulegen. Und die muss ich irgendwo hinlegen oder muss ich so viel sammeln, wie es geht? Du kannst immer nur zwei gleichzeitig tragen und musst dir dann in die Kisten da oben legen, nachdem, wo du startest. Die gleiche Kiste, okay. Die Kiste, wo du, wo du, also deine Farbe halt. Du wirst sehen, wo du anfängst. Ich bin blau, du bist cool. Du kannst nur zwei tragen, alles andere funktioniert nicht. Wo sind meine Bananos? Da sind meine Bananos. Zurück in die Kiste. Zurück in die Kiste. Ich war grün, du warst glaub blau. Okay. Du. Oh, liegt sogar eine Banane, warte ich, will ich haben. Hätte irgendjemand fallen lassen. Das war wahrscheinlich nicht ich. Also dann, nein! Ich kann nicht mal mehr hochfahren. Same. Kannst du mal bitte hochfahren? Ich verliere das deswegen. Ich will nicht da wenigstens auch one on one. So. Banane 1. Banane 2. Ah! Same. Mut. Could you please not? Ach so, das ist du. Natürlich. Natürlich, was ist du? So, wer hat seine Bananen verloren? That's a weird thing to say, I know. So. Spiel lang auf. Weiß sogar schon, wo die nächsten Bananen sind. Ja, das ist Banane 1. Banane 2. Oh Gott, ich ins Wasser fallen. Ah! Du Arsch, das sind meine Bananen! Okay, Büroblo, dieses Spiel kann man zu zweit spielen. Nein, kann man nicht. Nein, come on, ich muss dich für prügeln. Nein! Ich hasse alles. Ich hatte die Siegeschoße, Büro so. Hey, Joro, kriegst du erst mal so in den Arsch, ey. Oh mein Gott. It's high noon. Oh no. Das ist aber, dass du mich in dem fucking... ...Ballong-Beigeleit so fertig gemacht hast. Ach, ich dachte, das lag wohl an den Magneten, wo ich dir die Kon gezogen habe und ich dich die ganze Zeit hoch geredet habe, dass ich das noch bei dir tun werde. Aber gut, dass wir nicht über die gleichen Dinge reden. Hey! Hey! Ja, aber es geht ab. So. Äh, das war ein weiterer. Links, 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 links! Egal, machen wir das zweite. Ich wollte gerade sagen, ich war nur wieder links. Das ist meine absolute Hassstrecke mit Silvercoins. Du warst arm magnetisch anziehungsreich, ich verstehe. Deswegen hast du's ausgewählt. Und die erste bestimmt perfekt. Nein, ist die erste. Zweite. Ist dir so kacke platziert? Oh mein Gott. Nein, ich bin gegen Dreck gefahren. Ich konnte ihn nicht holen. Ich haute den Magneten. Na gut, es geht nicht so, wenn ich nicht vorkomme. Oh Gott, noch eine. Wir fehlen nur noch zwei. Und den ersten Platz. Vorsicht, ich hab da irgendwo ihn gekackt. Ich wusste es! Okay, Büro, du musst mich carryen, ich schaff das nicht mehr. Ich kann das auch nicht! Den Büro, ich bin zwar trotzdem. Du wusstest, dass das scheiße war. Ich hab mich schon verteidigt. Ich bin schon jetzt für ein Wies-Set, das wird nichts. Ich hab fast alle Coins. Du hast nicht mal die Hälfte geschafft. Und sie haben schon gleich Round 3 gehabt. Das hätte nicht geklappt. Ich hab die erste Karte mal verkackt. Ich wär fast in den Brunnen gefallen. Das ist ein Geheimweg, aber er ist nicht schneller. Ah, ist das eine Coin? Nein. Okay, es ist mir gar nicht egal. Fuck. Oh, doch nicht, fuck. Manche Hälfte sind netter als andere, hab ich so das Gefühl. Umso besser. Hier ist noch eine, in dieser Abkürzung. Da. Ich sag mir, ich bin wie so ein Profi und wir kommen nicht noch vor. Nein. Ich würde es begrüßen, wenn ich mal vorankommen würde. Ich muss die im letzten Moment noch kriegen. Da fehlen nur zwei. Ich weiß auch welche zwei. Wo habe ich bitte einen vergessen? Ah, ich weiß wo. Ich weiß wo. Oh mein Gott. Okay, ich nehm so, ich weiß es nicht mehr. Ah, jetzt weiß ich es hier. Ich und der sechste Platz sind eins. Wir schaffen das nicht. Oh, ist diese Strecke so scheiße? Ja, danke. Von wie weit ist denn die da vorne? Reset bitte. Okay, ja, ich habe die wehverkackt. Also, ich habe alle Coins, aber. Oh mein Gott, du Burensohn. Ich hasse die Abkürzung. Ich auch. Warte, lass. Ich kann das nicht. Ich kann sauer nicht. Der Start muss perfekt sein, sonst geht's nicht. Ich habe den Boost verkackt. Willkommen in meiner Weltbüro-Flo. Isn't that funny, eh? Isn't it? Absolut. Hier hole ich nichts. Genau wegen Sonnecoins verliere ich meine Geschwindigkeit. Oh Gott, so. Also. Wer hat den Schlamm? Wer hat da noch einen Schlamm gesetzt? Alter! Was? Okay, Burensohn, carry bitte. Ich krieg das nicht mehr hin. Ist vorbei. Oh mein Gott, ich habe die andere Coins übersehen. Ich habe so ziemlich alles übersehen. Jees, das ist auch gemeine Traps. Traps again, indeed. Oh jeezo. Oh shit. Warum gebe ich mir überhaupt noch mühlich, die Coins zu sammeln? Oh mein Gott Okay Nein, das hat alles Er war so gut, er war der erstplatzierte Ich will das jetzt Carrying, come on, meine Banane No you Yeah boy So, dieser, okay Der wird es jetzt nicht mehr ruinieren Fasst mich nicht an Nur der blaue tut weh Okay Bin mir doch so schon paranoid So Fuck Die Großteil ist gesammelt, okay Das schaffen wir diesmal Ich hasse diesen Schlammleger Wenn du gleich noch so einen random Schlamm Auf mich setzt, ne Ist vorbei dann Ich will einmal nicht für Sechster werden Come on Du verdienst den Platz Yes No No Also ich brauch's gar nicht mehr versuchen, ey Oh mein Gott, ich hab den Boost vergackt Oh mein Gott, ich hab alle Alle Silver Coins Du schaffst es Oh Gott Oh Gott, ich krieg's hin Ja Ja, wir haben ja grad ein bisschen Konzentration zu bilden Okay Alter, danke Perfekt Ey, ich hab mich sogar gegen Ende noch gut angestellt Ich bin dritter geworden Nice Ich hab mich sogar gegen Ende noch gut angestellt